Ja, natürlich ist es ja... Ups! Wenn man die Ball von lauter Bäumen nicht sieht, ne? Shit! So! 42,51 müsste es sein, jup! Sehr gut! So! Wir gucken weiter! Ähm... Wo sind wir denn grad? Wir sind grad hier! Das haben wir, das haben wir, das haben wir... Das hatten wir da auch... Jetzt bin ich mal kurz ein bisschen auf der Map rum...